Ja, überspringen bitte. Danke. So, auf geht's. So, wir werden den ersten Mal vorbei. Warten, zack. Einmal hier, einmal da. Den Weg hier. Ich gehe einfach die, äh, Playroute ohne den Weg zu der Treppe zu gelängen. Aua. Mach dich. Flup dich. Ja. Sehr gut. Ne, falscher Weg. Scheiße. Äh, dürfen wir gleich sogar schon da sein. Ne, auch mal weg da. Scheißegal. Wow. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Ist doch nicht dein Ernst. Oh. Ähm, ich war eigentlich vorbei. Ja. Die Runde. Und dann nicht nach rechts gehen. Dann nach links. Wow. Aber dass dann auch noch oben diese scheiß Animation durchlaufen muss. Wie ich dann meinen... Akku-Aku-Aku verliere. Schmieriges Game bist du. Schmieriges Game bist du. Ganz schmieriges Game bist du. Ganz, ganz, ganz schmieriges Game. Zack. 39 Sekunden. Platin. Wer sagt's denn? Easy. Easy, easy, easy. Easy für den Fuck. Alles easy für den Fuck. So. Jetzt geht's in die Fabrik. Und... Ich glaube, das wird erstmal das letzte Level sein. Generator. Gelber Gem. Gelber Gem, Leute. Gelber Gem. Wenn keiner Gem Route gibt, dann... Oh nein. Das ist das Level. Alter, das schaffe ich niemals mit einmal durch. Ich werde hundertpro einmal sterben irgendwo beim ersten Durchgang. Das ist schon fast sicher eigentlich. Es sei denn, ich wachse mal wieder über mich hinaus. Aber diesmal glaube ich nicht. Nein, dieses Level ist richtig ekelhaft. Dieses Level ist mega ekelhaft. Bitte. Danke. So. Irgendwo gibt's nämlich auch wieder so eine... Plattform Route. Hier, das ist diese Plattform. Hier müssen wir schnell sein. Weil die nämlich gleich runterfällt. Da... Seht ihr das. Zack. So. Das habe ich auch halbwegs gut dagegen gekriegt. Oh, wir sind beim ersten Checkpoint. Wir sind noch nicht gestorben, Leute. Uff. Uff. Uff, 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 uff. Okay, okay. Ja. Blüpp. Alter, was ist das für ein Hin und Her da, ey? Meine Güte. Was ist das für ein Hin und Her da unten eigentlich? Komme ich da gleich noch hin? Ähm. Aber von da geht's auf jeden Fall irgendwo weiter. Okay. Ganz komisch. Ganz, ganz, ganz komisches Level. Oh, darf ich auch in der Bonus Route nicht sterben? Das wäre richtig ätzend. Oh, Gott. Puh. Nicht sterben. Nicht sterben. Okay. Bleib ganz locker. Nein. Wann soll man denn dann da vorbei? Also, das war jetzt ziemlich scheiße. Das war richtig scheiße. Wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich nochmal bei der Stille bin und nicht gestorben bin. Bis gleich. So, wir sind zurück. Ich habe die Aufgabe sehr souverän gemeistert. So, und jetzt gucke ich mir das mal an. Also, ich muss wirklich warten, bis das Viech ganz auf der anderen Seite ist. Okay. Jetzt habe ich es kapiert. Gut. Gut, 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 gut. Dann will ich es zugeben. Es war alles auf jeden Fall hundertprozentig meine Schuld. Und jetzt. Back to business as usual. Oh, ich darf nicht sterben. Oh, Alter. Die Platte geht wieder weg. Warum? Sag mir das keiner. Oh. Ey. Ich werde wahnsinnig. Oh, der Checkpoint nützt mir gar nichts, weil theoretisch spiele ich das gerade ohne Jackpoint. Ohne Jackpoint. Oh Gott. Boah. Alter. 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 Das darf doch nicht wahr sein. so ich bin zurück beim checkpoint halleluja so jetzt kommt eine ziemlich ätzende stelle die mag ich gar nicht rauf rauf einfach rüber da einfach rüber da überhaupt nicht einfach ignorieren so ich steh mal ganz hinten du das kann das ist das ist ich hab meinen geist noch mein akku akku noch so jetzt werde ich das auf jeden fall schaffen es sei denn ich überspringe jetzt die plattform warum nicht leicht so meine frise ja da ist das ziel ja keter jim ja ohoho alter ohoho boah scheiße meine hände schwitzen alter meine hände schwitzen boah meine hände schwitzen heilige scheiße weißt du sind 22 aber er hat bock er hat bock 59 sekunden für platin ok 59 sekunden für platin mittlerweile dürfte ich das level ja gut können so ich muss aber nicht auf die kisten achten ich kann einfach volle kann ja drauf losgolfen ich weiß gar nicht ob ich das wirklich brauche das ding da ich geh mal davon aus ich brauch es nicht so naja mal an euch vorbei und wer kann da rüber springen dort wo ist die nicht dort wo ist die nicht wie smooth das auf einmal läuft ich weiß gar nicht ob ich unbedingt diese kiste da gebraucht hatte aber boah was wir müssen 59 sekunden für platin dann habe ich ja doch was übersehen dann muss man wahrscheinlich doch zu dem ding da oder man muss wahrscheinlich wirklich zu diesem zu dieser plattform laufen weil da sind bestimmt zigtausende dreierkisten oder so tschau ich beim nächsten mal ich werd jetzt erstmal ich will dieses level jetzt erstmal nie wieder sehen ich will dieses level nie wieder sehen ich bin überhaupt froh dass ich das beim ersten mal durchlauf einfach schon alles geschafft habe nicht platin aber ey 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 diga ey diga 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 war ich schon gut ja war ich schon gut ja war ich schon gut ja war ich schon gut na was geht alter alter sack du oh dieses level war damals ne qual als als ich noch in meinen jungen jahren war das war eine qual so bring it bring it bring it boy da musst du früher aufstehen kumpel so kommen jetzt schon springfässer ne noch nicht wahrscheinlich erst beim nächsten mal kurz vor der bonus stage bin ich mir ziemlich sicher ja zack so da ist bonus stage oder ne aber jetzt kommt das was ich meinte ahhh diese dinge ich hasse sie ich hasse sie hu 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 oh du musst früher aufstehen kumpel bist zu lahm bist viel zu lahm alter roh ho 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 seht ihr wo ich gerade stehe ich stehe einfach an unsichtbarem abgrund Alter So, Bonus Boah, ich bin so durch Aber Ich hab grad Oh, warte mal, das ist mit mir alles Ich erinnere mich Ich erinnere mich daran Ich hab mich noch rechtzeitig erinnert Gott sei Dank So, alle Kisten haben wir, sehr gut Danke, Bonus, dass du mich direkt hier spawnst Bin ich eigentlich sicher? Na, bin ich gut So, gute Nacht Blue Gem, alter, geil, man Wir haben einfach zwei fucking Farbgems jetzt geschafft Zwei fucking Farbgems auf einmal Also, fast auf einmal Oder, nee, auf einmal Glaub ich, ja Ja, auf einmal Wir sind Chimps einfach Wir sind Chimps Na, wann ist die Zeit 1 Minute 16 Schauen wir Ich weiß jetzt nicht, was Platin ist, aber Lass ich mich mal überraschen Ja, um einen besonderen Edelstein zu erhalten Ich dachte, jetzt schmeißt er mir die Die Das Fass Ins Gesicht So, Gott Ne, was machst du denn? Oh, krieg ich den Triple Akku? Das wäre richtig geil Wahrscheinlich nicht, oder? Boah, war erst knapp Ja, uh, ist auch weg Zweierkiste bei TNT Check Was? Scheiße, egal Hm, wir kriegen keinen Super Akku Okay Einfach laufen, 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 laufen Lauf Lauf, Crash Lauf Jawohl Oh, hat mir für Gold gereicht Ja, weil ich, äh, diesen Einen Jump da verkackt habe Schade Aber es war bestimmt auch wieder nur Sekunden Kann man nicht vorstellen, dass man 52 Sekunden für Platin brauchen könnte Äh, das wäre mir nämlich ein bisschen weird Es sei denn, dass TNT Kisten, die, äh Die Freierkiste nicht mit Ja, okay Okay, ja Pinstrippi Potoro Naja, ich habe den Namen letztes Mal fast richtig gesagt Fast richtig War nicht weit weg Oh Gott, wie ging der da nochmal, äh Man muss einfach irgendwie stehenbleiben Da irgendwelchen Sachen Ja, hier einfach stehenbleiben Bis da eine Muni leer ist So war das Nö, bis die Muni leer ist Oder bis er nachlädt Das geht auch Äh, ähm Ich bin gerade irgendwie sehr weird gebounced Ziemlich weird gebounced gerade Ja, vielleicht hast du keine Muni mehr, Rumpel Ich, ich bounce richtig weird, wenn ich ihn angreife Nee Nee Du kannst mich nicht treffen, Freundchen Oh, vielleicht doch Doch, er kann mich treffen Oh, komm, lad nach Zack Gleich nochmal So Also Erste Sequenz links zweiter sequenz rechts ja hallo mann jetzt haben wir auch zu lachen ey also nicht an der fresse ey wo jetzt so beim letzten mal ist glaube ich ist oben munition alle oder ich habe noch alles perfekt nein habe ich nicht es war tatsächlich geraten es war echt geraten es war sehr hervorsehbar es war sehr vorhersehbar so wollte ich nicht eigentlich schon vor einer stunde eine pause machen also richtige pause meine ich oh ja das ist dieses richtig ekelhafte level das ist das richtig ekelhafte level oh 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 oh